Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7 by Azad. Welcher Part weiß ich jetzt schon wieder nicht. Ich vergesse das immer wieder und ich habe gar keine Munition mehr. Glückwunsch an mich. Okay, gespeichert haben wir. Hoffentlich ist da Munition drin. Na, fickt euch. Ah, ich weiß wo wir sind. Da wo dieser eine Kerl verreckt ist. Funktioniert er oft so? Ja, funktioniert. Ich gehe aber zuerst mal da hinten lang. Mist, ich habe keinen Dietrich. Ich brauche einen Dietrich. Ah, da hinten finde ich doch bestimmt dein. Meine Fresse. Wieder keinen Dietrich. Wieder nur dieses Zeugs, Alter. Er ist wohl kaputt. Jetzt sowieso. Du standest drauf. Ah, Mist. Ich habe keine ätzende Säure. Deswegen muss ich erst woanders lang. Ah, ich bin momentan ein bisschen erkältet. Und deswegen höre ich mich manchmal so komisch an. Oder muss mit Unterbrechung reden. Weil meine Nase ein bisschen verstopft ist. Und ich möchte relativ gut sprechen können. Und ich habe dafür auch nichts. Und deshalb möchte ich die ganze Zeit so manchmal die Nase frei machen. Und deswegen spreche ich manchmal so mit Unterbrechung. Okay. Ah, Mist. Ich habe kein Messer. Ja. Bravo. Ich habe jetzt keine Pistole. Also, ich habe schon eine Pistole. Aber keine Munition. Deswegen sage ich mal grob. Ich habe jetzt gerade schon gar keine Pistole. Äh, kein Messer. Wie soll ich gegen die, äh, komischen Bieste da kämpfen? Ich glaube wohl nicht, dass Mia so tough ist und dann mit Fäuste bocht. Vielleicht funktioniert er noch. Okay. Da ist Ethan. Ethan. Hoffentlich schaffe ich es noch. Okay. Unterstes Deck. Oh mein Gott, habe ich mich erschrocken. Hör auf, Evelyn. Oh, Adam. Adam, da Halluzination. Wo ist sie? Ja, wegen deiner scheiß Halluzination habe ich mich gerade heftig erschrocken. Pissblach, Alter. Hi. Wo hang ich da jetzt gerade fest ohne Witz, Alter? Los, der ich nix drin, okay. Karte des Schiffs. Ah, wenn ich n' Dietrich hab, mach ich das hier mit auf. Also, nehm ich den Dietrich und mach das da auf. Leider weiß ich jetzt gar nicht, wo ich n' Dietrich auffinden kann. Ähm. Wartet mal, Leute. Irgendwas ist da unter meinem Mauspad. Und lässt die Maus die ganze Zeit nach oben wandern. Ähm. Ich soll doch da jetzt nicht runterspringen, Alter. Mach ich nicht. Dann ist sie direkt tot, Alter. Lustig, Alter. Lustig. Echt. Ich bekomme mehr als genug von dieser Scheiße, ne. Aber ich bekomme keinen einzigen Dietrich oder so. Ah, nochmal. Unten ist so ein Schieß-auf-mich-Puppe. Ähm. Ich weiß nicht mal genau, wie die heißen. Wow. Okay, da ist nix. Leute, ich brauche einen Dietrich. Ja, komm, runter da. Ein Werkzeug. Welches Werkzeug soll da genutzt werden? Ich habe hier doch irgendwas übersehen, oder? Harte. Auf V war Karte. Ja, auf V war Karte. Wo war ich noch nicht? Ich bin jetzt dritte Etage. Ich gehe mal hoch. Warte, dritte Etage wird mir nur angezeigt. Nur die dritte. Ja, ist klar, da bin ich noch nicht lang gewesen. Also, da bin ich noch nicht lang gegangen. Ähm. Könnt ihr da rein? Warte. Da steht, dass da was mit Dietrich gemacht werden kann. Aber, das will ich nicht machen. Speichern. Ja. Ich gehe mal wieder zu dem Aufzug. Und gehe mal ein hoch. Alter. Schon fast 10 Minuten. Fehlen noch so. Vier... Äh, was für 40 Sekunden. Äh. Ab jetzt 20 Sekunden. Äh, ich bin nicht sicher. Äh, was? Also, ich bin nicht sicher, äh... Mann, ich vergesse die ganze Zeit, was ich sagen will. Weil ich so konzentriert auf das Spiel bin. Ähm. Ach, egal. Fällt mir gleich schon wieder ein. Alter. Die will uns doch verarschen. Käpt'n's Kabine. Ja. Zur untersten Ebene, Ethan retten. Okay. Das habe ich jetzt leider jetzt erst gesehen. Nach ganz unten soll ich und dann Ethan retten. Das mache ich. Ja, komm, geh hoch. Dafür muss ich aber da lang. Ups. Wartet mal. Meine Haare, naja, sind so ein bisschen gerade. Ich glaube, ich sollte mal wieder zum Friseur gehen. Ähm, ja. Oder ich mache mir einfach einen Zopf. Alter. Okay. Also, da komme ich nicht lang. Da war ich ja gerade, okay. Außerdem soll ich in die unterste Etage. Ganz unten oder... Hier. Ich denke mal ganz unten, ne? Okay. Okay. Ja, wo soll hier Ethan sein? Witzig, Alter. Ah, nee. Brauche ich gar nicht ausprobieren. Ich weiß, dass die Tür eh zugeht dann. Da war ich anscheinend falsch. Also, war das doch hier. Von einer anderen Seite verschlossen. Ja, okay. Muss ich doch da unten lang. Mann, ey. Ich hab nur eine einzige Waffe und das ist die Bombe. Ja. Mann, ey. Leute. Da unten komme ich eh nicht lang. Doch. Ich komme... Nein, doch nicht. Alter, wo soll... Wo soll der bitteschön sein? Wow. Wow. Okay. Liebe Jeanette Wie geht es dir? Ich schätze, wenn dieser Brief dich erreicht, haben wir uns ein halbes Jahr nicht gesehen Das Leben ist so langweilig hier Jeden Tag nur dasselbe alte mehr Obwohl eine Sache ist neu Okay, dieses Mal haben wir ein paar Passagiere an Bord Das kommt fast nie vor Es ist ein Pärchen mit einem kleinen Mädchen Ich glaube, sie sind entfernt mit dem Käpt'n verwandt Alter, meine Haare Wo war ich? Stell dir vor, auf einem der Tanker statt eines Passagierschiffes zu reisen Die müssen echt knapp bei Kasse sein Ich habe vorhin versucht, mit dem kleinen Mädchen zu reden Aber ihr Dad hat mir einen finsteren Blick zugeworfen Was der wohl befürchtet? Jetzt, wo ich darüber nachdenke, fällt mir ein Dass der Käpt'n gesagt hat, er hätte gar keine Verwandten Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken Ich vermisse dich In Liebe, Jim Ich habe mich darüber nachdenke, die ich überrascht Wichser, Alter. Was stand da? Mann, Alter. Mann, ey. Hier unten kann ich auf jeden Fall nichts mehr finden. Ah ja, andere Seite verschlossen. Warte. Zweite Etage. Wo sind wir? Zweite Etage. Von der anderen Seite verschlossen. Ja. Da müsste ich jetzt in die dritte Etage. Und dann von da runterspringen. Also den Aufzug runterspringen. Leute, sorry, dass das jetzt so ein langweiliger Part ist. Ich weiß echt nicht, was ich hier tun soll. Drei... Dreite. Dreite. Äh, soll ich jetzt verstehen, was da steht? Okay. Jemand hat hier Inhalte mitgenommen, ja. Ah, Mann. Es ist ja, das ist geil, das ist Munition, aber nicht für die Pistole, sondern fürs Maschinengewehr. Meine Fresse, ich will ja jetzt auch. Locker ist da ein Dietrich... Ich könnte eigentlich mir selber Munition für diese Knarre machen, aber dafür brauche ich, äh, Flüssigkeit, diese komische Flüssigkeit da. Und da komme ich sowieso nicht lang. Ey, 20 Minuten schon und in der Zeit mache ich gar nichts. Leute, ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, wie es weitergeht. Ich weiß das nicht. Äh. In die Untast... Also in die Unt... Von oben in den Fahrstuhl steigen. Okay. Die Tür mit Edsmittel, ja, wo kriege ich die Edsmittel her? Achso, das ist ein Schlüssel für den Waffenschrank. Ich dachte mit Dietrich, Alter. Warte, wo war der Waffenschrank? War der oben? Keine Ahnung, auf jeden Fall hole ich mir jetzt den Schlüssel. Ich weiß, glaube ich, noch, wo der ist. Ich könnte echt mal wieder Munition bekommen. Ich könnte Munition gebrauchen. Wie man gesehen hat, ich... ...muss die ganze Zeit vor diesen Scheißviechern wegrennen. Ich will nicht vor diesen Viechern wegrennen. Ja, hier war der Waffenschrank. Kann ich da nochmal gucken? Nee, kann ich nicht. Wow. Äh, wieso habe ich den Grat nicht gesehen? Ohne Witz, wieso habe ich den Grat nicht gesehen? Für diesen langweiligen Part werde ich noch einen zweiten Part heute machen. Ja, aber Leute, wie es weitergeht, werdet ihr im nächsten Part erfahren. Wie ich da runtergehen werde, werdet ihr erst im nächsten Part sehen. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.